Servus auf der Mehlmüllhalde. Anlässlich Halloween habe ich mir ein paar Spezialisten ausgesucht und um ein Darlehen von 10.000 Euro gefragt, denn ich möchte mein Haus ordentlich dekorieren, eine gruselige Verkleidung für mich kaufen, genügend Süßigkeiten für die Kinder im Haus haben und für meine Nachbarn eine Superparty auf die Beine stellen. Das lasse ich mich schon mal 10.000 kosten. Ob mir jemand helfen konnte? Nach dem Intro erfahren wir es. Wenn du dich für unterhaltsame oder informative Videos zum Thema Betrugsmaschen aller Art interessierst, dann solltest du mal meine Playlists durchsehen. Da ist bestimmt für jeden was dabei und wenn du dann auch noch ein Abo mit Glocke da lässt, dann verpasst du auch kein künftiges Video. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem ersten sogenannten Kreditgeber. Schon in der ersten Nachricht nach meiner Anfrage schrieb mir Elma, dass die Kreditvergabe möglich sei und er nur noch wissen muss, in wie vielen Raten ich zurückzahlen will. Die 60 Monate waren für ihn okay und so bekam ich alle Details zum Kredit. Raten, Zinsen, alles da. Also konnte ich nur so antworten. Das ist super. So wird das ein tolles Halloween für die Kinder, meine Nachbarn und mich. Vielen Dank. Wo kann ich das Geld abholen? Wer ist mein Kreditgeber? Seine Antwort, dass er als Bediensteter zum Beispiel mit der DKB-Bank, der Raiffeisenbank und der Sparkasse zusammenarbeitet, hat mich natürlich begeistert. Was auch immer ein Bediensteter in dieser Form sein soll. Aber nach dieser ausführlichen Antwort war es nur gerecht, dass er mich auch nach meinem Beruf fragt. Gott sei Dank war das Organisieren von Halloween für Kinder und Erwachsene ausreichend für eine Kreditvergabe. Also brauchte er nur noch Bankverbindung und Personalausweis. Obwohl ich Elmer zu meiner Halloween-Party eingeladen habe, wenn er mir vorab Informationen zum Kreditgeber und eine Version vom Kreditvertrag zur Prüfung schickt, wurde die Stimmung zwischen uns etwas gruselig. Passt zwar zu Halloween, ist aber absolut unnötig. Natürlich konnte und wollte er nichts schicken, so wie eben ich auch keine Bankverbindung und keinen Ausweis schicke. Außerdem war ich schon etwas sauer, weil er mir die ganze Zeit die Antwort zu meiner Frage nach seiner potenziellen Verkleidung verwehrt. Bis er mir dann mitteilt, dass er ohnehin keine Zeit für so etwas habe. Damit hat er mich aber wirklich böse gemacht, ist doch Halloween der wichtigste Tag im Jahr. Also teilte ich ihm meinen Unmut mit. Ich will nur, was ganz normal ist. Den Vertrag lesen, bevor ich den Bedingungen zustimme. Was verstehst du nicht? Ich kenne dich nicht. Weiß nicht, wer du bist. Nicht, wo du bist. Keine Telefonnummer. Nix. Wie soll ich dir vertrauen? Ich habe dir alle meine Daten geschickt und von dir bekomme ich gar nichts. Elmer kontert geschickt mit einem ewig langen Monolog über Vertrauen und bla bla bla. Anscheinend hat er aber diesmal meine Mail richtig gelesen. Denn ich hatte ja gerade geschrieben, dass er alle meine Daten hätte und ich nichts von ihm. Allerdings habe ich ja gar nichts geschickt. Und darum wollte er wissen, welche Daten er denn von mir bekommen habe. Also musste ich ihm das nochmal erklären. Was ich dir geschickt habe? Ich habe mein ganzes Herz für dich aufgemacht, habe dir von meinen Halloween-Wünschen erzählt, den Süßigkeiten für die Kinder und die Überraschungsparty für die Nachbarn. Niemand weiß von der Party, nur dir habe ich es gesagt. Da kannst du sehen, wie sehr ich dir vertraue. Er meinte dann, dass er mich wohl verstanden hat, die Bank aber meine Daten braucht, um mir vertrauen zu können. Auf meine Frage, welche Bank mir vertrauen soll, hat er einfach mal die Sparkasse rausgehauen. Und als ich ihn dann um seine Telefonnummer gefragt habe, damit wir alles besprechen können, hat er wohl seine Halloween-Verkleidung als Wolke ausgepackt und hat sich verzogen. Nichts mehr gehört von dem kleinen Lauser. Mit dem nächsten Kollegen Eurofinanzeln ist es wirklich schnell wieder vorbei gewesen. Ich denke, es handelt sich um Dietmar aus dem ersten Halloween-Special. Ich packe dir den Link in die Videobeschreibung, falls du es noch nicht gesehen hast. Jedenfalls begann mit Eurofinanzen alles wie immer, er könne mir helfen, braucht die gewünschte Laufzeit und schickt mir ein Kreditangebot mit Raten und Zinsen. Nach meiner freudigen Antwort, dass ich das Angebot wunderbar finde und es darum ein tolles Halloween wird, schickt er natürlich wieder die Liste für den Datenklau. Und diese sieht exakt so aus wie jene von Dietmar. Ist mir bei der eigentlichen Konversation gar nicht aufgefallen, sondern erst jetzt beim Videoschneiden. Jedenfalls habe ich meine Standardantwort geschickt. Wer bist du? Wo bist du? Kontaktdaten? Abschrift des Kreditvertrages zum Prüfen? Nachdem ich ein paar Tage lang nichts mehr gehört hatte, machte ich mir doch Sorgen und fragte mal nach. Halloween würde ja schon vor der Türe stehen und ich brauche noch ein Kostüm. Als einzige Antwort darauf schickte man mir ohne weiteren Kommentar wieder die Datenliste zum Ausfüllen. Ich wiederholte auch meine Mail und ab da hatte ich nichts mehr von Eurofinanzen gehört. Entweder man wollte sich nicht mehr verarschen lassen oder Dietmar ist aufgefallen, dass er schon mal so verarscht wurde. Das war also Teil 2 von zwei Halloween-Spezialausgaben von Mehl mir mal Müll. Danke fürs Zusehen und Happy Halloween! Haltes. Wie hafen wir euch vor. Boa! Vielen Dank.